Heute habe ich einen Mann zu Gast, der will uns Frauen das Leben in der Küche ein bisschen leichter machen. Olaf Schubert. Olaf, komm zu mir. Meine liebe Vivian Florentin. Kramer. Olaf, du willst uns Frauen das Leben in der Küche etwas leichter machen? Willst du etwa abspülen oder beim Abtrocknen helfen? Wohl verrückt geworden. Soweit kommt's. Ich persönlich leide unter einer attestierten Hausarbeitsunverträglichkeitsallergie. Oh, das tut mir leid. Sorge dich nicht, Valerie Vivian. Dieser ganze Quatsch kann alles weg. Eine Erfindung ersetzt all diese Geräte. Die Mutti. Meine Antwort auf Toaster und Entsafter. Ist das nicht genial? Mutti, sie kann über 100 Rezepte und sie kostet fast nichts. Sie kostet weniger als nichts. Nur zum Muttertag zwei, drei Tulpen und eventuell ein wenig Nerven, wenn sie bei der Arbeit Schlager hört. Dafür macht sie alles quasi von alleine.